Hey Leute, was geht? Karn hier bei Spielmaps und Games und Willkommen zu einer neuen Map bei Minecraft. Und zwar zocken wir heute Drops and Jumps. Drops and Jumps ist eine Mischung aus einer Dropper-Map und Parkour-Map. Die können wir jetzt aber noch nicht starten. Und zwar habe ich es hier schon angefangen. Grün haben wir schon, rot ist das nächste sozusagen. Ich zeige euch aber, was wir hier schon hatten. Und zwar ist das hier durch ein Waldjumpen. Und ich habe hier einen Trick entdeckt. Wir können hier aufs Erste und ich hoffe, der Vorführeffekt kommt jetzt nicht. So, hier ins Wasser. So, geklappt, ohne Probleme. Also das ist kein Problem. Die Map gibt es natürlich mal wieder in der Infobox. Create by Skull Games, build it by Skull Games. So, wir ziehen irgendwas hinter uns her, keine Ahnung. So, rot zeigt uns die nächste Passage hier an. Sehr schön kreiert. So, wir sehen hier, wow, 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 wow. Okay. Ich glaube, in einem durchzukommen wird schwierig. Deswegen machen wir das hier wieder so, okay. Wie, was? Da schon nicht. Nein, wieder belegen. Schauen wir uns das mal kurz an. Also hier. Das schafft man noch niemals. Doch, jetzt sind wir mal beim zweiten Level, Mensch. Was ist denn, wenn wir hier ständig durch die Mitte fallen? Das ist mir ein bisschen in Nachtsicht nervt. Kriegen wir das nicht irgendwie ab? Na, da sehe ich schon das Wasser. Okay, dann müssen wir wieder ein bisschen runter. Ich versuche es mal nicht in einem durch, sondern wenn wir von hier nach da und nach da springen. Warte. Wie? Können wir gar nicht auf die... Unfassbar. Unbelievable. Was mit der nacht sich nervt? Mega. Wo geht es denn sonst? Ich glaube, durch die Mitte ist kein guter Weg. Das schafft man doch niemals. Never ever. Manometer. Ich komme hier schon nicht beim ersten weiter, oder wie? Manometer. 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 Ah, da, 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 da. Yes! Geschafft! Kein Problem. So. Ja, kein Problem. Ist einfach so. Die beiden haben wir schon. Gehen wir über zu diesem verrückten Ding. Wow. Schauen wir uns das mal an. Okay. Also auf jeden Fall sehr, sehr eng. Okay. Das wird schwierig. Bin ich ganz ehrlich. Ah! Das ist nicht ganz so einfach. Kehr, 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 kehr. Nee. Gelb hatten wir eben auch schon geschafft. Einmal waren wir schon ein bisschen besser durch. Vielleicht haben wir da und dann da. Ja, ich versuch's mal. Also was passiert, wenn wir hier, hier, da. Das ist doch unfassbar. Oder müssen wir hier einzeln. Moment, jetzt. Das kriegen wir hin. Das geht doch nicht. Allerdings hier ist doch die Entfernung schon viel zu hoch. Also viel zu weit, viel zu, ja. Es ist viel zu hoch einfach. Okay. Ja, alles klar. Ah, übertreib doch einfach mal. Ja! Ja, ist doch gut jetzt, Mensch. Geronimo! Oh Gott, das war nicht gut. Also rechts, links geht ohne Probleme, aber nach unten, vorne. Also, hier. Ah, guck. Was ist das? Nein! Sollte ich in der Mitte bleiben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, so, hier, 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 hier. Dann da, dann da und dann da. So, wo komme ich raus? Hallo, ich will raus. Da, schön. Das hätten wir auch geschafft. Cool, cool, cool. So, wo geht das dann als nächstes? Ich... Hier hin, glaube ich. Hier auf die Platte. So, sieht sehr schön aus. Oh Gott! Was ist das denn? Wow! What's that, man? Wie soll man das denn jemals schaffen? Hier kennt man ja noch nicht mal was. Was? Niemals! 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 Das ist hier, hier. Was? Auf gar keinen Fall! Ich sehe da was. Das schafft man noch niemals. Never ever. Never ever again! Keine Ahnung, wie das Lied heißt. Ist mir grad so. Wie bin ich jetzt da durchgekommen? Kann mir das mal einer erklären? Da waren doch diese Dinger. Fake News. Gott, nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Und die lachen mich hier aus die ganze Zeit. Lach nicht! Wie? Da bin ich die ganze Zeit jetzt durchgegangen? Einfach durch die Mitte? War das ein Bug? Kann ja nicht sein. Wie ich denn jetzt hier... Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall bin ich hier irgendwie durchgekommen. Und ich hab's geschafft. So, und jetzt ist das das finale Level? Das ist ein Haus. Das sind auch Häuser. Was ist hier? Nichts. Was ist hier? Nichts. Nichts. Ist das so eine Halloween-Dropper-Map? Möglich. Ne, ne, ach. Nein! Dammit! So, bleib' ich hier außen, dann hier durch. Und! Da sind wir durch! Ja! Da haben wir die Dropper, die ersten fünf. Teilt sich auf in fünf neuen Lab. Ich glaub, dann irgendwo noch neun. So, wo komm' ich denn jetzt hier raus, bitte? Hallo? Nicht euer... Ist das euer Ernst? Wo komm' ich hier raus, Mensch? Ich will raus! Oder wo dich? Hä? Wo komm' ich denn hier raus? Hallo? Bin ich euer Ernst? Wo komm' ich denn jetzt hier bitte raus aus dieser Map? So, ich bin hier gelandet. Schön. So. War's da schon, oder was? Ich glaub' wir müssen... Ich hab' das Gefühl, wir müssen da irgendwie hoch. Ich glaub' jetzt fängt der Parcours an. Ja, das... Ah ja, genau. Ich glaub' die Dropper-Map ist jetzt durch und es fängt sozusagen die, äh... Parcours-Map, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Nee, aber ich seh' auch ehrlich gesagt keine weiteren... Das muss ja irgendwo hier sein. Ne, wenn ich das hier jetzt schon sehe. Aber da komm' ich wieder nicht drauf. Naja, gut. Bei Parcours hört's bei mir meistens auch schon auf. Hm, 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 hm. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Ich meine, ich wette, wir kommen da irgendwo raus. Ich wette es mit euch. Okay, Leute. Wie gesagt, die Map findet ihr dann auch unten in der Infobox. In der Videobeschreibung. Ne? Könnt ihr selbst mal versuchen, ob ihr dann hier auch ein Parcours weiterkommt. Ich glaube, ich lasse es. Ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen Folge hier von Minecraft oder auch irgendwas anderem. Gott, das kann doch nicht sein. Warum schaffe ich das nicht? Na, da. Oh, Gott. So, ich versuch's mal nicht. Nein! Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kahn. Und Glocke aktivieren. Abonnieren. Ciao. 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 Ciao.